Herr Hafer, wir sitzen hier gerade in der Kodiak. Die Maschine fliegt demnächst welche Destinationen an von Nordholz? Wir fliegen St. Peter-Ording an, wir fliegen Sylt an und geplant ist auch ab Sommer Flugplan Helgoland. Und was ist der Vorteil dieser Maschine? Das Besondere an der Maschine ist die kurze Start- und Landebahneigenschaft, die das Flugzeug technisch mitbringt. Hängt mit der Tragflächengeometrie zusammen. Auf der anderen Seite ist das Flugzeug ausgestattet von der Technik analog einem Verkehrsflugzeug. Das heißt, wir haben ja Kollisionswarengeräte an Bord in Eisungsanlagen und das Cockpit ist sehr modern. Und Sie stellen ja neue Piloten ein. Mit wie vielen Piloten werden Sie im Sommer unterwegs sein? Wir werden mit ca. 50 Piloten in der Sommersaison unterwegs sein.